Moin YouTube, schön, dass ihr wieder dabei seid. Onke hier. Wir entschrauden wieder. Und ja, es wird Zeit, dass wir ein bisschen vorankommen. Und schauen wir mal, was uns heute betrifft. Wir haben noch sehr viele Fragezeichen auf der Karte. Und da gucken wir jetzt mal, was so ansteht. Ja. Klar. So. Nichts, wir gehen mal rüber in unsere schöne Hütte. Ich habe wieder alles aufgefüllt, alles weggeräumt. Beim letzten Mal haben wir dieses wunderbare Schwert da gesammelt. Oh, ich will nicht meine Bude zerlegen. Und diesen Feuerzauberstab, der ist besser als der alte. So ein Mühe halt zumindest. Jo. Nichts. Schauen wir mal, wo. Also wie gesagt, diese zwei, das sind so alte. Die könnte man auch machen. Habe ich mir gedacht. Oder? Aber das ist nichts, nichts Besonderes. Da ist noch, du Mulde in den Katakomben. Wer weiß, wo man da unbedingt rein will. Und diese zwei hier oben. Und da haben wir gleich schon ein Zuhause aufgestellt. Ich glaube, wir machen diese zwei da oben. Wir fangen mit dem hier an. Schickpunkt setzen. Und dann geht es direkt los. Und dann hauen wir den auf den Platz. Auf. Auf. So. Wichtig wäre, mal was zu essen. 300 Meter in diese Richtung. Also auf jeden Fall da drüber, oder was? Also unsere Rüstung ist ja auch wunderschön. Wenn wir schon da fallen. Balle. So kommen wir da nicht hoch. Ach. Jetzt habe ich mir gedacht. Geht gleich los hier. Ach, die erwische ich gar nicht. So. Die machen wir jetzt klack. Kein Mahne mehr. Oh, ernsthaft. Wow. Wow. Okay. Jetzt gibt es wieder einen Giftsack. Taktus. Wir müssen aber in die Richtung. Okay. Das Haufen Bomben. Okay. Wie bestimmt kommen wir so nicht. Das heißt, wir haben auch den neuen Gleiter. Stimmt das? Hab ich euch mal gar nicht erzählt. Dieser Kampf jetzt sozusagen umsonst. Aber ist egal. Bisschen aufgewärmt. Da geht es ja gleich schon weiter. Oh, jetzt hat er mich erwischt. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Okay, das war jetzt alles nicht so gut. Wir müssen eh in die Richtung. Wir müssen uns weniger damit aufhalten. Okay. Wir müssen jetzt Miasma. Lassen uns hier nicht. 80 Meter. Da ist es schon im Schwarzmoor. Hier ist wieder freche Luft. So. Boom. Problem. Wegpunkt erreicht. Nein, wieder runter. So. In Ruhe. Langsam lassen uns jetzt nicht hier. So. Den Schmelzdiegel müssen wir noch herstellen. Nein. Ich wollte da gar nicht runterfallen. Das haben wir gemacht. Gehen wir da hin. Wo sind wir denn hier? Was machen wir denn hier? Okay, cool. Also Trampolin. Okay. Cool. Das ist ein Trampolin. Geil. Okay, wir gucken uns erst mal hier um. Viele Trampolins. Ist das geil. Noch nicht genau, was wir hier machen, aber gut. Immer denn hier. Das schaut alles ganz anders aus. Da drin sollte man auf jeden Fall nicht landen. Trinkt nicht was. Okay, cool. Was ist das? Einfach nur... Alte Rinde, oder was? Ah, ich hab kein gutes Gefühl. Wir hatten eine andere Mission. Ich verlaufe mich schon wieder. Das... Okay. Okay. Krass Wo sind wir denn hier? Macht man denn hier? Okay, das ist nicht gut Dann schnell weg Hui, buh, schnell weg Okay, das ist hier gefährlich Leute Klai Ich glaube, hier fügt alle sehr stark hier. Jo. Ich habe das Gefühl, wir sollten hier weg. Und da bei den anderen auch noch. Hier gehören wir nicht hin. So. So, noch nicht. Wir sind nämlich... So, wir haben wieder... Oh, das ist ja ganz da her. Wo steht denn das? Was für ein Level wir da so haben. 15 auch, ne? Die, 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 ich kann es nicht sehen. Ist egal. So, wir wollten da hin. Und, ähm, ja. Dann schauen wir uns das mal an. Dann versuchen wir mal, den Schmelzdiegel zu machen. Und die Fähigkeitspunkte da. Auf der Herd. Ein Klip. So, rein in die Soße. Ohne große Kämpfe. 150 Meter noch, fast. Dann sind wir schon wieder richtig. So, was ist dunkel hier. 49 Meter. 33 Meter 40. Wie kommen wir da nicht hoch? Das ist da oben. Das heißt, wir müssen da irgendwie die Runde latschen. Hier gucken wir auch nicht raus. Ach. Hier geht's hoch. Ja. Wenn wir da jemand rennen. Kann ich auch. Schnell weg. So. Ich glaube, wir sind da richtig. Wo ist denn das? Wo war? Wo war? Wo war? Das war knapp. Ui, die sind immer alle stärker geworden hier. Wie ist das? Da müssen wir zwar schon wieder nicht hin, aber das lassen wir uns gerade nicht nehmen. Ich habe nur noch drei von zehn Heiltränken. Ja, ist auch alles nicht geil. Okay. Da braucht man einen Knochenschlüssel, oki doki. Dann ab, irgendwie da nach oben. Nein, geht nicht. Oh, das nervt schon wieder. Hier kommen wir doch hoch, oder? Das hängt doch bestimmt irgendwo, hat das einen Haken. Nehmen wir doch nicht. Ne, gestoppt wieder. Ah, kommt schon. Da kommen wir nicht hoch. Nein. 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 No. Das war. Das war. Nein. Nein. Das war. Das war. Müssen wir uns einen anderen Weg suchen. Der ist es schon mal nicht. Hier. Irgendwo. Oh, halt. Da geht nichts rein. Ich dachte, da geht eine Höhle rein. Tja, dann müssen wir einfach auf die andere Seite. Aber da kann man auch nicht hoch. Das macht das Ganze hier nicht einfacher. Da waren wir vorher schon. Tja, die Richtung stimmt. Nur da vorne, dann irgendwo links. Da hoch müssten wir. Kommt man aber nicht hoch. Immer wieder bei den Trampolins hier. Ne, ne, wir gehen weiter weg. Hier lang er auf jeden Fall auch nicht. Ein schwarzem Moor. Man hat halt auch nichts verloren. Gucken wir mal auf die Karte. Da kommen wir wieder zurück ins Miasma. Ne. Dann gucken wir uns Tumulti in den Katakomben an. Glaube ich das Schlaueste. Ich komme da gerade nicht hin. Jetzt wird es eh dunkel. Da wollte ich nicht hin. Da kann man das. Kieren. Perfekt. Jetzt wird es dunkel. Dunkel. Die Frage ist, wo sind die Katakomben? Und kommen wir bis da rüber. Über das Miasma. Meinst du? Geil, der neue Gleiter macht schon Spaß. Da ist so eine Lampe. Tja, 17 Meter. 20 Meter. 7, 9, 8. Da oben. Da oben. Da oben. Hier aber. Zu, die Tür hier. Okay. Dornbusch Friedhof. Ich auf. Was machen wir hier? Dietrich, haben wir einen? Okay. Okay. Aua. Aua. Okay, time shot. Okay. Und da kommt schon. Now what? Das war's. Das war's. Oh, hat der was Besonderes drin? Nix. Dafür, dass die mittlerweile so hart sind, können die ruhig was Besonderes drin haben. Ja. Was machen wir hier? Ich bin hier richtig. War ein Schild. Boah, beinahe runtergefallen. Tja. Da müssen wir runter, oder was? Aber da ist so ein Knopf. Den drücken wir erstmal. Wir sind immer noch im Jasma, auch noch fünf Minuten. Das heißt, wir müssen uns beeilen, auch noch. Na dann. Okay. Woh, wo, 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 wo. Oh ne, das reicht nicht. Jetzt kommen wir nicht rein. Da aber. Oh, oh, oh. Okay. Okay. Ich verstehe. Ich verstehe das Prinzip. Ja, wir haben auch keine Heiltränke mehr. Also ich glaube, da drin macht das jetzt gerade wenig Sinn. Mist. Auf jeden Fall merkt man uns das. Merke ich schon. Sehe ich da auch? Und, äh, ja. So, wir sind im Jasper. Ach, das natürlich. Guck mal nicht rein. Hier geht's wieder raus. Da ist eine Schriftrolle. Und da ist ein Weg. den gehen wir da lang, oder was? Ne. Den gehen wir in die andere Richtung, dass wir rauskommen und zurück. Und uns einfach vorbereiten können. Die, ähm, Fähigkeitspunkte verteilen. Ordentlich. Links. Und dann stärker werden. Ich merke schon, das ist hier alles recht hoher. will jetzt nicht unbedingt nochmal sterben, wenn das okay ist für euch. Ausdauer, da müssen wir auch was machen, unbedingt. Und dann, da ist echt zu wünschen, So, wo geht's denn jetzt hier raus? Du musst doch irgendwo einen rausführen, der Weg. Da, hier. Perfekt. Schnell reißen nach Hause. Klappt schon wieder alles nicht, wie ich das wollte. Das klappt schon wieder nicht. Aber gut. Schauen wir mal. Okay. Gucken uns noch schnell die Fähigkeiten an, ob man da jetzt was machen können, was sinnvoll ist. Sprintgeschwindigkeit wird um 10% erhöht. Das habe ich alles schon freigealtet. Kondition. Wir erhöhen die Ausdauer. Okay. Das ist schon mal gut. Wir haben noch vier Punkte. Schauen wir mal hier. Intelligenz. Erhöht den Magier-Schaden. Okay. Okay. Donner. Okay. Teleport. Hmm. Hm. 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 so was das die gift widerstand interessiert uns jetzt weniger unangriff unangriff täcke wir sind eher grün und blau ich verstehe es schon magieschaden erhöht jetzt einen unbewaffneten angriff ist so lange du das nötige mal was soll den krieg ich nicht das erhöht den feuerschaden dann haben wir unser feuer links und hier immer noch mal die ausdauer halt mit unserem feuer zauberstab können wir dann deutlich mehr machen gut wir probieren es beim nächsten mal noch mal mit in der zwischenzeit stelle ich ein bisschen heiltränke her und so palums dass wir da ein bisschen mehr kraft haben und bis dahin wünsche ich euch viel spaß das war euer unki bis zum nächsten mal schaltet wieder ein dankeschön auf wiedersehen